Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video werde ich 10 häufige Probleme erwähnen, die bei BMW X5 Sport Utility Vehicles von 2014 bis 2018 auftreten können. Nummer 1. Einige Modelle von 2014 bis 2018 mit 6 Zylinder Dieselmotor wurden in den USA zurückgerufen. Aufgrund einer defekten Hochdruckkraftstoffpumpe, die dazu neigt, während der Fahrt abzuschalten. Die Reparatur bestand darin, die defekte Kraftstoffhochdruckpumpe durch eine neue, verbesserte Einheit zu ersetzen. Nummer 2. Die Ventildeckeldichtungen neigen dazu, sich mit der Zeit zu verhärten, was zu Öllecks führt, und müssen ersetzt werden. Nummer 3. Der AGR-Kühler in einigen Dieselmotoren neigt dazu, innen undicht zu werden und muss ersetzt werden. Nummer 4. Die Luftstoßdämpfer in einigen dieser Fahrzeuge neigen dazu, vor 150.000 Kilometern Luftlecks zu entwickeln, insbesondere in kalten Klimazonen, und müssen ersetzt werden. Nummer 5. Der Luftkompressor der Aufhängung neigt zu vorzeitigem Ausfall, wenn die undichten Luftstoßdämpfer der Aufhängung nicht rechtzeitig ersetzt werden. Nummer 6. Die Dichtung des Ölfiltergehäuses neigt dazu, sich mit der Zeit zu verhärten, was zu Öllecks führt, und muss ersetzt werden. Nummer 7. Die Batterien in den TPMS-Sensoren neigen dazu, mit der Zeit ihre Ladung zu verlieren, was dazu führt, dass das TPMS-Licht auf der Instrumententafel aufleuchtet. Das Ersetzen der alten TPMS-Sensoren durch neue und das Programmieren auf das Fahrzeug löst das Problem. Nummer 8. Gleichlaufmanschetten neigen dazu, mit der Zeit zu reißen, wodurch Schmutz und Wasser eindringen und das Gleichlaufgelenk beschädigen. Das Ersetzen des beschädigten CV-Gelenks und der Einbau einer neuen Manschette oder das Ersetzen der kompletten CV-Achs-Baugruppe löst das Problem. Nummer 9. Die vorderen unteren Querlenkerbüchsen in einigen dieser Fahrzeuge neigen zu schnellem Verschleiß. Dieses Problem verursacht Ausrichtungsprobleme und ungleichmäßigen Reifenverschleiß. Das Ersetzen der unteren Querlenker durch neue und das Neuausrichten des Fahrzeugs löst das Problem. Nummer 10. Das Automatikgetriebe in einigen dieser Fahrzeuge neigt dazu, Flüssigkeitslecks zu entwickeln. Das sind 10 häufige Probleme, die bei BMW X5 Sport Utility Vehicles der dritten Generation auftreten können. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Ich wünsche Ihnen eine Frage. Ach so.